Die drei Ausrufezeichen, Folge 88, die Krimi-Verschwörung. So, da wären wir. Mörderische Seiten. Was für ein passender Name für eine Krimi-Buchhandlung. Guck mal, das Plakat im Schaufenster. Krimi-Lesung für Fantasy-Fans. Die dunklen Straßen der Galaxie. Ein Fantasy-Krimi von Kim Jülich und David Lindemann. Wo? Krimi-Buchhandlung. Mörderische Seiten. Wann? 14. Februar, 18.30 Uhr. Oh, Hilfe! Wir haben noch geschlossen. Wir sind's, Frau Köster! Ah, hallo ihr zwei. Kommt rein, ich bin gleich soweit. Hier riecht es immer so gut nach Büchern und Kaffee. Das darf doch nicht wahr sein. Alles in Ordnung? Ich fürchte nein. Wieso? Was ist denn? Ach, in letzter Zeit verschwinden regelmäßig Bücher aus diesem Regal. Jetzt ist schon wieder eins weg. Ich glaub, hier wird geklaut. Was? Sind Sie sicher? Ich kann es mir sonst nicht erklären. Alles Krimis von Larissa Lehmann, falls euch der Name was sagt. Seltsam. Larissa Lehmann? Die ist doch total bekannt. Hast du die nicht mal interviewt, Kim? Ja, für unsere Schülerzeitung. Außerdem war sie in einen Fall verwickelt, mit dem wir zu tun hatten. Kim ist nämlich nicht nur Autorin, sondern auch Detektivin. Tatsächlich? Ja, das stimmt. Meine Freundin und ich haben einen Detektivinnen-Club. Wir haben schon viele Fälle gelöst. Im In- und Ausland. Ähm, hier ist unsere Karte. Wir lösen jeden Fall. Beeindruckend. Wenn Sie möchten, helfen wir Ihnen, den oder die Diebe zu fassen. Wirklich? Ach, das wäre wunderbar. Kein Problem. Wir kümmern uns darum. Gut, aber eigentlich seid ihr ja wegen eurer Lesung hier. Ach ja, stimmt. Am besten, wir gehen in mein Büro. Dort können wir alles in Ruhe besprechen. Guten Morgen. Hat hier jemand Appetit auf frische Croissants? Hallo, Mama. Na nun, so früh schon Kundschaft. Das sind Kim und David, das junge Autorenteam, mit dem ich eine Lesung plane. Wie spannend. Ich bin Anneliese Köster. Zum Glück habe ich reichlich eingekauft. Die Croissants sollten für uns alle reichen. Hast du schon Kaffee aufgesetzt, Heidchen? Tut mir leid, Mama, aber ich kann nicht jetzt schon Pause machen. Ach was. Für einen Kaffee hat man doch immer Zeit. Außerdem hast du bestimmt noch nicht gefrühstückt, oder? Mama, ich habe zu tun. Ach, du arbeitest einfach zu viel. Heidchen. Der Laden frisst dich noch auf, wenn er wenigstens genug abwerfen würde. Tschüss, Mama. Ich muss jetzt wirklich... Verstanden. Ich komme dann in der Mittagspause wieder vorbei, ja? Denkst du daran, mir die Krimis rauszusuchen, die ich dir aufgeschrieben habe? Und ich bitte was. Hier, nimm. Tut mir leid. Ich liebe meine Mutter, aber manchmal übertreibt sie etwas. Das kenne ich. So, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, bis ich den Laden aufmache. Das reicht hoffentlich, um alles Wichtige zu besprechen. Dabei könnten wir dann ja vielleicht auch eins der Croissants probieren, oder? Aber ja, unbedingt. Huch, was sind denn das alles für Leute da draußen? Normalerweise ist Samstagfrüh noch nicht so viel los. Ich gucke mal schnell nach. Wir kommen mit. Oh nein! Was ist denn hier passiert? Was ist denn das für eine Absperrung? Soll es der Umriss einer Leiche sein? Sieht ja aus wie in einem Fernsehkrimi. Leider ist es keiner. Ist hier vielleicht ein Unfall passiert? Okay! Maybe? Vielen Dank.